Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Heute ist es soweit, ihr seht rechts unten, das Team der Saison, diesmal Bundesliga Edition. Wir werden uns wieder ans Pack öffnen machen. Team der Woche gibt es auch, hier muss man allerdings sagen, da bis auf Italien und ein paar, in Anführungszeichen, kleinere Ligen, die Liga-Saison schon vorbei war, es ist ein recht schwaches, was dem einen oder anderen, inklusive mir, was sagen würde, ist Icardi von Inter Mailand mit 81 Rating, dann weiß ich nicht, Buonaventura. Wenn man die italienische Liga verfolgt, mir sagt ihr ehrlich gesagt nichts. Savic vom Hören, sagen wir mal. Und wir haben auch einen Record Breaker, Orozco, Orozco, wie auch immer man es ausspricht, muss ich euch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was für einen Rekorder er gebrochen hat. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, aber Interessanter, ganz klar, ist, oh, Helden haben auch noch, sehe ich hier gerade, Yilmaz und Jonathan, irgendwas. Interessanter natürlich, ganz klar, sind diese Boys hier, Team der Saison, Robben ist dabei, Aubameyang, De Bruyne, Fehrmann, Neuer, Boateng und wie sie nicht alle heißen. Und wir haben Coins am Start und wir haben auch Special Packs, ich glaube 15k Packs, vielleicht haben sie mittlerweile auch noch irgendwelche zusätzlichen rausgehauen. Nein, das sind auch die 15k Packs, die es gibt. Und ja, auch noch was, bevor wir jetzt loslegen, ich habe in den letzten Videos ja was gezogen und bin dann in Anführungszeichen so abgegangen und habe eigentlich gesagt, hey, EA hat das erhöht, jeder zieht zu viel. Ihr müsst bedenken, ich habe auf meinem ersten Hauptaccount in der Saison über 5 Millionen verzogen und hatte nur Crap. Da war der Beste ein Reus und ein Alaba. Und dahingehend muss ich wirklich sagen, ja, war das einfach richtig cool für mich und ich habe mich unglaublich gefreut, wie ihr auch anhand meiner Reaktionen gemerkt habt. Und ja, ich stehe da auch dazu. Also es ist nichts, wo ich mich für schäme oder sage, würde ich nicht nochmal so machen, sondern sollte ich heute was Gutes ziehen, dann je nach Spieler wird die Reaktion ähnlich oder vielleicht noch heftiger. Hier haben wir nur Arango, der nach Venezuela gewechselt ist. Rest schreit hier einmal nach Abstoßen. Ich habe jetzt auch gar nicht, ich denke, wir machen so 20 Packs, 300.000, gönnen wir den Bundesliga-Team. Und tun die ersten mal ein bisschen Skipper, so fürs Gefühl, wie es läuft. Fitness nehmen wir mit, Rest stoßen wir entspannt ab. Mal schauen, ob heute Abend was geht, ob wir nochmal irgendwas Blaues ziehen. Ihr wisst, es ist mein zweiter Account, aber ich möchte mir dann, wenn alle Münzen verzogen werden, davon ein Team oder mehrere Teams bauen. Von daher ist das sicher nicht schlecht. Und so ein Hamschick, gerade wenn ich vielleicht was mit italienischer Liga mache, kann man auch gerne mal mitnehmen. Sonst noch, ja, Fitness und die Heilung. Und den Rest können wir auch hier abschließend. Bälle, über Bälle, die brauchen wir in jedem Fall nicht mehr. Was auch gefordert wurde, was ich machen werde, wenn wir dann mit einem neuen Account spielen, so eine Road to Week 1, wie ich es ja schon gesagt habe, werde ich natürlich auch neue Trikots machen. Vielleicht auch mal eine neue Formation ausprobieren. Zadijovic, von dem ich gar nicht weiß, ob sein Vertrag diese Saison ausläuft. In diesem Jahr, muss man ja ehrlich sagen, hat er bei Hoffenheim keine große Rolle mehr gespielt. Hat, glaube ich, in einem Spiel einen Doppelpack gemacht, was sicher beachtlich ist. Eins davon war, glaube ich, zwar ein Elfmeter. Aber in der Vorsaison, erinnere ich mich noch, war er richtig, richtig stark. Entscheidende Rollen, wichtige Tore für Hoffenheim. Wird natürlich auch nicht jünger und ich vermute mal, sein Vertrag läuft aus oder ist vielleicht auch schon ausgelaufen. Und ich hoffe, die ganze Zeit, dass es hier mal wieder blau funkelt, was bisher leider nicht der Fall war. Aber ich denke, bei 300.000 stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass man was Gutes zieht. Von daher, dass man was Gutes zieht. So rum. Von daher, drückt mir die Daumen und wir hoffen weiter auf die Blauen. Ich mixe auch hier bezüglich Abbrechen oder Überspringen, wie man es nennen möchte. Ja, auch nach Lust und Laune, sage ich mal. Mit Thun Augen machen wir natürlich auch wieder was. Ich würde sagen, das machen wir doch gleich mal jetzt. Beim nächsten Pack. Ohne Skip. Euglein geschlossen. Kopfhörer sind drin. Daher höre ich, wann das Pack offen ist. Und das ist jetzt der Fall. Und wir haben Grouch und Young. Doppelte Bremerleague-Besetzung. Kuni auch noch am Start. Rita vom Absteiger Freiburg. Und ansonsten, ja, nichts Besonderes. Die eine Heilung nehmen wir noch mit. Und die eine Positionsänderung. Die kann bei mir, wenn ich Aufstellungen wechsle, doch mal was bringen. ZM, ZOM oder das Ganze auch nach hinten. Bezüglich ZDM. Der Rest war nicht so interessant. So, und jetzt machen wir mal einen Nose-Skip. Der sich mal so gar nicht rentiert hat. Ne, mittlerweile habe ich auch wirklich... Oh, Hunter. Der ist, glaube ich, immer noch... Ich weiß nicht, ob er noch was wert ist. Indler habe ich auch schon mal bezüglich einem Serie A-Team. Bei irgendeinem der letzten Pack-Openings ins Team gepackt. Beziehungsweise in meinen Verein rein. Mal schauen, was da sich am Ende noch ergibt. Und Jefferson Verband. Eigentlich ein nicer Spieler. 83er Rating. 87er Pace. War aber noch nie viel wert. Also, das ist einfach das Phänomen bei manchen Spielern. Wenn es jetzt kein Ronaldo oder kein Messi sind. Im übertriebenen Sinne. Fehlt ihnen gleich schon mal was am Wert. Aber auch nach dem Einführung der Preisspanne wurden ja ein paar niedrigere Spieler oder die sonst nicht so viel wert waren. Gab es ja auch, dass die dann zumindest so 2.000, 3.000, 4.000 auf einmal wert waren. Aber das ist so, ja, eigentlich ein Verfahren, wie ich finde, mit netten Werten. Weil, keine Ahnung, 50.000 wert ist. Das war halt nie der Fall. Und was ich auch hoffe, Preisspanne hin oder her. Man kann davon halten, was man möchte. Zu FIFA 16 vermute ich mal schwer. Gerade in Bezug auf eben die Coinseller. Dass das gleich zu Beginn eingeführt wird. Was viele erfordern, was ich auch gut fände, ist, dass man seine Spieler zumindest Preis verkaufen könnte. Einfach, ja, dass man sie halt losbekommt. Und dann ist natürlich der Markt ganz anders. Weil dann gibt es diese Preise von Anfang an. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, das macht Sinn. Da gibt es keine größeren Probleme mehr. Weil, wie es jetzt ihr gemacht habt, so mitten rein in der Saison. Sind wir ehrlich, war das wirklich alles andere als gut. Hier haben wir einen Keeper von Malaga. Spanisch Liga, ihr wisst, das bin ich vielleicht am Team bauen. Nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Ansonsten den Rest, Fitnesskarte noch. Der Rest wird abgestoßen. Und ich habe jetzt gar nicht ganz so den Überblick bezüglich Packs. Aber doch, jetzt habe ich mir wieder verschaffen. So, wir skippen jetzt mal ein paar. Ich glaube, die letzten Male, wo ich was gezogen habe, war auch mit Skippen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz so sicher. Aber jetzt skippen wir hier mal wild durch. Mehr als die 15k gibt es in Anführungszeichen nicht. Also keine Special, Special Packs, wenn man es denn so nennen möchte. Und da ich jetzt pro Pack Opening auch keine 5 Millionen verziehen kann. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich die Highlights in Anführungszeichen zusammenschneiden soll. Aber die letzten Videos war es jetzt zum Beispiel so. Ah, Rakitic, die nehmen wir mit. Sehr, sehr nice. Der beste, den wir bis jetzt gezogen haben. Ist halt ein solider, ja, für 4-3-3 finde ich nett. Nett zu spielen. So, nächstes Pack. Und nochmal ein Skip. Und wir kriegen 92 Pace. Bien vu. Noch nie gehört. Spielt bei Jungo in der Ligue 1. Ja, ja. Der Alex hatte mal Französisch. Nein. Der Rest wird abgestoßen. Noch nichts Besonderes. Das lasst mich mal überlegen. 300.000. Okay. So. Der nächste Skip. Paulinho und Cipo Motting. Nächste Schalke-Vertreter. Die Engine nehmen wir mit. Die Münzen müssen wir einlösen, sonst meckert es gleich wieder beim Abstoßen. Und den Rest stoßen wir in dem Fall. Ganz entspannt wieder ab. So. Nächstes Pack. Lass doch blau leuchten aus dem blauen Pack. Ich bitte dich. Iturbe. Hervorragend. Serie A. Willkommen. Und der Rest darf auch wieder weg. So. Das nächste Pack. Diesmal lassen wir die Animation mal wieder laufen. Vielleicht bringt uns das ein bisschen mehr Glück. Walkert. Wo wir beim Thema Pace wären. 96. Aubameyang und Hermann. Die übrigens im aktuellen Serie A. Struttmann. Zentrales Mittelfeld. Ein Asker Rating. Kann man mal probieren. Aubameyang und Hermann. Im aktuellen Team of the Season. Bei dem 99er Pace. Also das darf man nicht verachten. Da könnte ich meinen Aubameyang nochmal toppen. So. Und jetzt skippen wir nochmal. Johnson und Luis Sao. 39er Pace für den Innenverteidiger. Rafinha. In der ALJ League. Mit 87er Pace. Aber insgesamt nur 77er Rating. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So. Weiter geht's. Nächstes Pack. Und ein Skip. Und schon wieder Crouch. Das ist ja auch was, was ich im letzten Pack Opening schon angesprochen habe. Wenn man mehr Packs öffnet. Häufiger Packs öffnet. Passiert es doch immer wieder, dass man Spieler mehrfach zieht. Das kann ich auch so bestätigen. Oder habt ihr ja es im Verlaufe der Pack Openings sicher auch schon mitbekommen. So eine Heilung für alles. Die kann man mal mitnehmen. Oder nochmal so eine Positionsänderung. Aber ihr seht auch Verträge werden jetzt noch immer mehr bei mir übersprungen. Und jetzt skip mal. Juhu! Die Freude hält sich in Grenzen. Immerhin einer aus dem aktuellen Team der Woche. Ist sicher ganz nice. Spielt in der Russian League. Ist ein Senegalese. Ball D. Muss ganz ehrlich sagen. Hab ihn vorher noch nie gehört. Aber wir schauen uns doch gleich mal seine Statistiken an. Ähm, 83er Tempo für den Stürmer. Okay, Schuss 80. 82 Füße. 70 Dribbling. Denke ich, kann man sicher mal was ganz Nettes bauen oder ihn mal reinpacken. Also zwar ist es noch keine Mega-Granate. Aber immerhin nach ein paar 15 K-Packs den ersten besonderen. Wenn man es denn so nennen möchte. Wobei mir ganz klar ein blauer und natürlich ein größeres Lächeln ins Gesicht zaubern würde. Muss ja noch nicht vorbei sein. Muss ja noch nicht vorbei sein. Also so ein paar 15 K-Packs werde ich mir schon noch gönnen. Ein bisschen was ist noch drin. Also um die 300 K habe ich jetzt pro Team of the Season. Wenn man es denn so nennen will. Also Diakonan kam ja zurück. War ja mal bei Hannover. Hat dann eine entscheidende Rolle gespielt. Finde ich, hat in der Saison dann nicht mehr positiv zu beitragen können oder Hannover helfen können. Ich würde sagen, Hauptperson, die den Abstieg behindert hat, war Lars Stindl. Hatte ihn auch selber bei unserem Tippspiel. Finde ihn sehr sympathisch. Ist ja das gewechselt zu Gladbach. Wo er auch, wenn ich es richtig verstanden habe, eher die offensive Rolle besetzen soll. Wo ich ihn auch ganz klar sehe. Also was der Tore teilweise gemacht hat. Er kann alles spielen. Sechser oder eben auch Zehner. So. Und leider auch nicht. Und jetzt machen wir noch drei Packs. Die letzten drei. Wir machen eins mit geschlossenen Augen und ohne Skip. Und haben Motta. Ein Italiener. Schrecklich Pariser. Packen wir mal rein. Kann man eventuell was bauen. Oder werden wir auf alle Fälle was bauen können. Eine Heilung. Und den Anker nehmen wir noch mit. Und den Rest stoßen wir wieder ganz entspannt ab. Und machen weiter. Wir brauchen einen blauen. Einen Robben oder den neuen oder einen Boateng. Das wäre es doch. So. Nächster Pack. Lassen wir einfach mal gechillt durchlaufen. Ashley Young. Den hatten wir heute auch schon mal. Viele, viele Verträge. Die eine Heilung nehmen wir mit. Hawk und Marksman. Darf auch nicht fehlen. Und den Rest stoßen wir ab. So. Und jetzt kommen wir zum letzten Pack. Für das. Oder vielleicht. Vielleicht machen wir noch einen 7500er. Oder zwei. Bam. Ja. Boateng. Ja. Wuhu. Na also. Ein Traum. Zwar auch leider nicht auf meinem Hauptaccount. Und es gibt auch keine Möglichkeit ihn rüber zu bekommen. Jerome. Bonjour. Erstmal. Da bin ich immer ein bisschen panisch. Gebe ich zu. Packe ihn in den Verein. Wir schauen uns seine Statistiken und auch seinen Wert gleich an. Das interessiert mich wirklich. Ach Jungs. Es macht doch einfach Spaß zu sein. Ich weiß nicht ob das wirklich jedem so geht. Aber momentan. Auch wenn die Spiele die ich ziehe. Ist nicht mega viel wert sind. Ich würde sagen. So ein Boateng mit 93 Grad. Den wir schauen gleich mal. Was der Wert ist. Und komm. Das letzte machen wir es noch. Dann haben wir ungefähr 300.000 verzogen. Und das skippt mir. Und haben hier. Nicht dass wir ein Boateng oder so doppelt als Duplikat haben. Cahill. Den haben wir schon. Ein freischaltbares Silber. So. Den Rest stoßen wir ab. Okay Boateng mit Abstand mein Bester, den wir jetzt gezogen haben. Ich tippe. Ja also 500.000 könnte er schon wert sein. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch was haben. Ne. Das stoßen wir ab. Jungs. Ein Traum. Rein in den Verein. Jetzt suchen. Schaut mal was. Wie wir hier schon gezogen haben. Der dritte blaue. Martitsch. Wir schauen mal. Die wurden auch runtergestuft. Kommt die checken. Wir schauen alle. Alle, die ich jetzt habe hier. Den haben wir heute gezogen. Schauen wir mal. Ich denke eher. Ja hier. 10.000. 20.000. Ich denke hier bei Janko wird das genau das gleiche sein. Naja. Sogar nur 9.000. Er ist sich auch schon runtergestuft. 140.000 und 210.000. 120.000. 180.000. Martitsch war bei 400.000. Also EA ist da wirklich rapide am runter. Wenn wir jetzt mal vom Mindestpreis ausgehen. 120.000 eher. Ähm. 140.000. Alter. Er ist sogar mehr wert. Dann sind wir bei 260.000. Und jetzt kommt die Frage. Was ist ein Boateng wert? BÄM Alter. Nochmal ein Jubel. BÄM. Eine Mille und 1,7. Und jetzt kann ich euch was sagen. Wir haben statt jetzt mit diesem Account 1,6 Millionen verzogen. Lass mal schauen ob der weg geht. Moment. Ah doch hier. 1,4 Millionen ungefähr. Jungs ist das nice. Ich sollte ihn vielleicht verkaufen. Aber nein. Hier 1,4 Mille. Ne. Wir behalten ihn. Oder so ne. Ich hab jetzt doch hier leider. Ah den auf dem Hauptaccount. Naja egal. Ich freu mich. Eine Granate gezogen. In der heutigen Folge 2 sogar. Mit Balde und Boateng. Es geht noch weiter. Es kommt noch die Serie A. Es kommt noch Frankreich. Liga. Es kommt noch Spanien. Also mindestens noch drei große. Wie es dann bei den kleinen Ligen aussieht. Muss ich mal schauen. Coins sind auch noch da. Kriegt man auch schönes auf die Reihe. Für die heutige Folge bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.